Hi Leute und herzlich willkommen zu Folge 18 meines Sims 3 Lebensfreude Let's Plays. Ja, wie immer ist Emma aufgewacht. Ich habe gestern den guten Timmy einfach zurückgesetzt, weil ich glaube, der hätte wieder bis um 6 Uhr morgens oder sonst wie früh Dart gespielt. Aber das wäre mir zu komisch gewesen. Hier ist irgendwie eine Pfütze entstanden. Ich glaube, das ist wegen dem Töpfchen. Ich würde mal sagen, Emma, du darfst das dann leeren und hier vielleicht noch die Pfütze auffischen. Und dann dachte ich mir, vielleicht kannst du hier noch ein bisschen die Straßenkunst weitermachen, bevor du zur Arbeit gehst. Ja, dann habe ich auch noch den... Oh Gott, wie hieß er denn nochmal? Ja, diesen Extra-Toddler-Activities-Cheat-Mod eingefügt. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob der schon vorher dabei war oder ob ich den direkt, nachdem ich das Spiel das letzte Mal beendet habe, eingefügt habe, hinzugefügt habe. Auf jeden Fall, ja, ähm, ist der hier. Und du bringst die Babykacke direkt zum Mülleimer. Das ist extrem merkwürdig und irgendwie leckt das Spiel hier manchmal zwischendurch, was extrem nervig ist. Aber egal. Ja, ähm, du, Jonathan, du stinkst ein bisschen und vielleicht kannst du irgendwann auch mal aufstehen, Kim. Das wäre sehr schön. Nämlich jetzt. Gut. Auch gut. Dann darfst du hier, ähm, Waffeln frühstücken und, ja, Jonathan wird gleich aufstehen. Dann kannst du vielleicht, anstatt die Wand zu taggen, den guten Jonathan einfach in den Hochstuhl packen und ihn... Ähm, nee, malen sollst du auch nicht. Genau, jetzt. Dann geh doch einfach schon mal hier hin und dann, ähm, ja, äh, kuschel ihn. Und, ach Gott, kann er gar nichts. Doch er kann sprechen. Immerhin gut. Ähm, wir müssen ihm noch Laufen beibringen heute. Und zwar definitiv fertig. Mit Kim werden wir das machen, denn Emma muss noch arbeiten. So, und dann setze ich in den Hochstuhl, während Kim hier ist. Das ist auch gut. Ja, und dann möchte Kim jemanden küssen. Das letzte Mal ist mir, glaube ich, aufgefallen, also wenn das das letzte Mal war, dass, ähm, Kim Timmy fragen konnte, ob er sich von Blake Grayson trennt. Das können wir einmal machen, weil dann sind die vielleicht, ist er vielleicht wieder offen für eine Beziehung. Ansonsten, äh, werden wir, ähm, wann kommt die Fahrgemeinschaft? Ich glaube, um, um zwölf kommt die Fahrgemeinschaft. Das wird sehr knapp, aber vielleicht, ähm, was machst du? Du brauchst keine Babynahrung machen. Na gut, ähm, ja, dann wird er halt doch so gefüttert. Er hat zwar, ja doch, er hat ein bisschen Hunger. Ähm, kannst du jetzt die Spülmaschine bitte benutzen? Kim? Oh, wo ist das? Simt Preston. Ach so, das ist dieser Hund. Und hier ist wieder jemand im Boden. Oh Gott, ich muss wieder alle Sims, ähm, ähm, resetten. So, dann dusch mal hier. Dann werde ich auch gleich sehen, ob die, äh, ob das Nackt-Outfit von Kim, ähm, gedingselt wurde, neu erstellt wurde. Das wäre sehr schön. Und du kannst, nee, das wird nicht mehr reichen. Dann geh nochmal erstmal aufs Klo einfach hier. Ähm, weil sie muss ja auch noch das, ein soziales Netzwerkebuch, ähm, kaufen vielleicht für Kim. Ähm, ähm, oder du kannst mal, ich glaube, wir, wir stalken mal so ein bisschen die Blake Grayson. Ich muss sie nur finden bei den ganzen hier, hier. Ah, das wird schon weniger. Das ist gut. Dann schicken wir hier noch eine beleidigende, sechs beleidigende Textnachrichten. Ähm, fünf und sechs. Ich muss mich auch entschuldigen, dass hier momentan einfach nicht so viele Bauvideos kommen. Ich würde gerne mehr bauen, aber das ist so ein Aufwand. Also, ein Haus bauen dauert mehrere Stunden und dann das Ganze schneiden, vertonen und so weiter und so fort. Das ist so eine Arbeit. Also, wundert euch nicht, wenn das momentan nicht ganz so viel ist, dass da nicht so viel kommt. Und, ähm, oh, Lola Tissot und Max Tissot haben verkündet, dass einem Neuen, dass ein neues Baby auf dem Weg sei. Boah, was ist das für eine Kindermaschine? Ey, die kriegt ja Kinder am laufenden Band hier. Ähm, du stinkst. Dann wechsel doch bitte mal die Windel hier. Ähm, nein, nicht mit Krall angreifen. Was mache ich? Ah, ähm, Windel wechseln hier. Gut. Das darfst du mal machen, liebe Tante. Und dann dachte ich mir, ähm, werden... Äh, Kim und... Ah, ja, ist das jetzt hier eigentlich... Das scheint wohl neu generiert worden zu sein und Gott sei Dank ist es normal generiert worden. So, dann setzt den kleinen Burschen ab. Und jetzt kümmert sich dann Kim weiter um ihn. Aber das wollte ich jetzt mal ausprobieren hier. Das müsste eigentlich gehen, wenn ich die Musikanlage hier einschalte. Tanzen! Ja, er kann jetzt tanzen! Und das ist so süß. Ich habe das noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, ich will aber gleich mal ein Foto machen, weil ich super gespannt bin, wie das aussieht. Oh Gott, äh... So, näher ran, runter. Und... Ich hoffe, dass der Mod nicht irgendwelchen... Oh Gott. Ähm, nicht mit irgendwelchen anderen Mods... Äh, in Konflikt steht. Kann man das vielleicht noch irgendwie... Nee, kann man nicht. Gut, dann... Tanze, kleiner Jonathan. Das ist süß. Das sieht ein bisschen merkwürdig aus. Okay, da mache ich kein Foto von. Das sieht merkwürdig aus. Aber es ist eine süße Sache, dass sie jetzt auch tanzen können. So, und du, Kim... Du bringst jetzt deinem Sohn das Laufen bei. Ähm... Laufen beibringen. Hier. Oh, oh nein, ist das süß. Oh nein, ist das niedlich. Okay, auf sowas hatte ich mehr gehofft, als auf den komischen... Oh, das ist so süß. Okay. Ähm, jetzt dürfte ich mich auch wieder abgeregt haben. Hier. Ähm... So. Das ist doch ein hübsches Bildchen. Und der tanzt hier. Kleiner, tanzender Jonathan. So süß, oh mein Gott. Oh nein, jetzt hört er schon auf. Schade. Aber das ist echt süß. Also... Ich bin mir auch gar nicht ganz sicher, wo es... Achso, vielleicht sollte ich da auf ihn klicken und dann auf die Wand. Geht das? Auf eine leere Wand vielleicht? Ist hier irgendwo... Überhaupt eine leere Wand? Hier? Nee. Hm, ich habe eigentlich so gut wie jeden... Quadratmeter der Wand zugepflastert. Und hier hingehen. Hm. Hier ist einfach kein Platz. Und ich... Klar kann auch sein, dass man damit eine Stiftebox erst braucht. Kann ich ja mal ganz kurz schauen hier. Ob das hier ist? Ha. Bei Verschiedenes vielleicht? Cranes. Hier, genau. Die kann ich mal hier hinpacken. Kann ich jetzt malen? Scribble on Wall. Ah ja. Oh, das ist so süß. Das soll er mal unbedingt machen gleich. Wenn er das Laufen gelernt hat, das dauert ja nicht mehr lang. Oh, das ist richtig goldig. Ich weiß gar nicht, was es noch für andere Aktivitäten gibt. Ich glaube, die Kleinkinder können in einer Pfütze spielen. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das vielleicht schon vorher war. Ach so. Und ähm... Ja, ich habe den Sound ein bisschen lauter gestaltet. Gott, aber ich mache die Musik jetzt mal hier aus, weil ich nicht will, dass es einen Content-ID-Treffer gibt. Nicht so wie bei meinem, ähm... Life is strange before the storm let's play, wo so ziemlich, ähm, jedes Video, glaube ich, bis jetzt, also zwei habe ich bis jetzt veröffentlicht. Und jedes Video davon hat einen Content-ID-Treffer gelandet mit irgendeinem Lied. Und das ist sehr schade, weil teilweise eben dann man nicht mit dem Handy das Video schauen kann. Und das ist doof, weil 60% meiner Zuschauer schauen mit dem Handy. Und meine Frage an euch ist, wer von euch schaut denn mit dem Handy? Und warum schaut ihr mit dem Handy? Weil ihr auf dem Bett liegt und das bequemer ist, als an den PC zu gehen? Oder habt ihr keinen eigenen PC? Das würde mich mal interessieren. Dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Und was ich noch sagen wollte, genau, was ich auch gefragt wurde, ist, ob ich noch ein Tier adoptieren werde. Und ja, das werde ich. Ich denke, es wird diesmal vielleicht ein Hund sein, weil es in der letzten Staffel eine Katze war. Aber erst, wenn Kim mit Jonathan verheiratet ist und die beiden ausgezogen sind, dann werden die ein Tier adoptieren. Und ich dachte mir, dass dieses Haus hier dann für Emma und, äh, wie sie Mina übrig bleibt. Also, dass Kim, Timmy und Jonathan ausziehen nochmal in ein anderes Haus und dieses Haus hier dann, ja, äh, Dings überlassen wird, ne? Ähm, du kannst vielleicht mal deinen Sohn noch ein bisschen, ähm, wie wäre es hier mit? Plaudern, kuscheln, ähm, achso, nein. Achso, das war's schon. Kitzeln. Ja, kitzeln ist doch auch noch ganz gut. Und dann darf der Gute auf die Wand scribbeln. Und dann werden wir hier noch die Rechnung zahlen, die Post nehmen und die Gute Kim wird dann die Zeitung lesen. Oh, das ist so süß. Und dann darf der Jonathan an die Wand scribbeln. Ah ja, hier. Oh, die Geräusche, die der macht, sind auch so süß. Oh, das ist so goldig, oh mein Gott. Ich sterb hier noch an Diabetes wegen Süßigkeit, also wegen Süßheit, kann man das so sagen? Nein, du sollst jetzt an die Wand malen. Und das möchte ich gerne auch sehen, wie du das machst. Och, das ist mir noch nie aufgefallen, dass hier so ein kleines Bärchen auf dem Töpfchen ist. Oh Gott. So, ein neues Bild. Also ein neuer Screenshot hier. Aha, ein Strichmännchen wird das. Mal sehen, wie das dann am Ende aussieht. Und ich glaube, er lernt die Kreativität, Malenfähigkeit meine ich, wäre es. Das heißt, das ist dann zusätzlich zu den Büchern, dass es dann da noch so eine Fähigkeitsverbesserungsmöglichkeit gibt. Noch ein, noch ein Strichmännchen. Ich mache das hier mal ein bisschen schneller. Ah, und dann fällt mir gerade ein... Äh, nee, ich warte noch. Das wird ja jetzt nicht so lange mehr dauern, glaube ich. Ein Foto noch. Gleich ist das Gemälde auch fertig, wahrscheinlich. Oh, drei sind's. Süß. Sehr süß. Und kann sie dann hier säubern oder betrachten. Okay, dann werde ich aber mal ganz geschwind hier Emma sagen, dass wenn sie hier... Sie möchte sich ja mit... Ach nee, sie möchte sich gar nicht mit den Kollegen anfreunden. Aber wie sieht's hier aus? Oh, sie muss mal wieder Kunst scannen. Gut, dann werden wir aber nachher hier... Wir haben ein Bild im Inventar. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen malen, aber auch Bücher kaufen. Und zwar... Wie sieht das denn hier aus? Soziale Netzwerke. Fähigkeit Level 5 hat Kim. Das heißt, wir werden ein paar soziale Netzwerke Bücher holen. Und dann wirst du hier einfach noch mal ein bisschen gemein zu Blake Grayson sein. Ah ja, es wird schon röter. Roter. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. So, Dille. Ja, und du spielst wieder mit deinem imaginären Freund. Er wird in einem Tag zum Kind. Und bevor du hier dich einnässt, kannst du ruhig gerne mal aufs Töpfchen gehen. Und ja, was machst du hier, Kim? Du liest noch deine Zeitung und das war's. Sie möchte Level 5 der Profisportlerkarriere reichen, heiraten und mit allen Kollegen anfreunden. Ach, das war's bei ihr. Dann werde ich das hier einloggen, zusehen, wie Jonathan erfolgreich älter wird und Pixel Tissot ein Flohbad verpassen. Der hat wohl, ähm, Flöhe? Hey, da ist ein Brief für Kim von Dennis. Ein Liebesbrief und auch von Ian Pertridge. Und im McAdams Haushalt wurde ein Baby geboren und im Langhaushalt auch. Okay, und das Lokal, Sulis Theater, äh, ist ein Hotspot. Karaoke Bar ist ein Hotspot und Küstenstrich. Aha. Okay, mit über SimFinder App jemanden kennenlernen. Wie weit geht das denn hoch hier? Muss ich doch gerade nochmal schauen. Oh, das dauert lang. Ähm, ich frag mich gerade, ob Kim ein Blog hat. Ähm, Blog App hat sie. Da müssen wir mal wieder, Pretty in Pink, Mensch, hat sie ja nur zwei Beiträge hier. Müssen wir mal wieder einen Beitrag posten. Und das ist gut, dass der gut ankam. Blog Spenden in Höhe von 25 Simoleons möchte sie erhalten. Ja, wenn du das so willst. Ähm, jetzt bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher, was wir jetzt noch mit ihr machen sollen. Oh ja, du kannst mal ein bisschen, ähm, mixen üben kann sie schon gar nicht mehr. Dann hör einfach mal ein bisschen Musik. Ähm, und was kannst du hier noch lesen? Gibt es hier irgendwelche Fähigkeitenbücher? Logik? Ne, das ist ja jetzt nicht so. Sag mal. Äh, du willst aber auch alles hier. Vielleicht kannst du dir ein Eis holen. Bei diesem schönen Eiswagen, den ich irgendwie total süß finde. Und viele sagen, der ist total gruselig. Aber ich find den gar nicht gruselig. Ich find den schön. Ich find dieses Eis da oben cool. Und der erinnert mich immer an meine Kindergartenzeit. Äh, ähm, okay. Wenn ich jetzt auf hierbleiben drücke, bricht die Aktion dann ab? Wegen dem blöden Eismann? Ah ja, doch, okay, können wir machen. Wir werden uns ein kunterbuntes Eis kaufen. 20 Simoleons hat das gekostet? Wie bescheuert ist das denn? Ach schade, jetzt haben wir es doch nicht mehr gegessen. Naja, dann mal. Ach so, ähm, ach ja. Jetzt, was für Bücher holen wir uns? Allgemeine Bücher. Brauchen wir eigentlich keine. Ah, boah, das sind echt viele hier. Und warum kauft man sich ein allgemeines Buch? Das ist eine Biografie, die 1000 Simoleons kostet. Davon hat man ja eigentlich gar nichts. So, weshalb schauen wir hier nach Straßen, nicht Straßenkunst, soziale Netzwerke hier. Band 1 brauchen wir nicht. Äh, soziale Netzwerke Level 3. Ähm, ich glaube, das ist dann Level 6. Dann holen wir Level, das Zweierbuch und das Dreierbuch. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Ja, gut. Dann könnten wir noch Mixen holen. Ach, Quatsch, das brauchen wir nicht. Äh, das reicht. Ähm, nein. Kim, du bleibst hier. Ähm, und... Ja, kannst mal hier mit deinem kleinen Sohn ein bisschen kuscheln. Oder du tanzt. Ähm, das kannst du auch machen. Und dann macht das der gute Jonathan auch. Und das ist bestimmt total süß, wenn man hier die beiden tanzen sieht. Und du kannst, ähm... Einfach mal ein bisschen Kunst scannen hier. Oh yeah, geile Musik, Mann. Ähm, du hast... Du bist stinkig. Also du müffelst. Dann gehst du duschen. Und ähm... Buch 3 kommt mal hier in den Inventar. Ins Buchregal. Und Buch 2 kriegt die liebe Kim. Und kann jetzt gleich mal lesen hier. So, was ist... Wer ist das denn hier? David Cho. Aha. Ist das... Äh, Cassidy Earthsong wurde befördert. Das ist schön. Ähm... Ach ja. Wir können ja einfach mal noch hier... Ähm... Ach so, der ist schon fertig mit Tanzen. Dann kann er mal noch hier ein bisschen weiter an die Wand scribbeln. Am besten so hier hin. Das Zimmer der Mutter verschönern. Das ist doch süß. Ach so. Level 2 soziale Netzwerke hilft mir nicht viel. Du kannst kritisieren, so viel du willst. Solange du dann auch noch... Scannen. Hier kannst du nochmal Kunst scannen. Wie sieht's dann aus? Ist auf jeden Fall schon viel besser. Und die Musik ist wieder laut. Okay. Dann kannst du ja mal noch ein bisschen... Nein, ich glaube, wir werden sie nach Hause einladen. Die gute Mina mal wieder. Ähm, denn... Ah, ich glaube, die kann erst ab 21 Uhr. War das nicht so? Oh, in einer Stunde. Na gut, dann versuchen wir es halt in einer Stunde nochmal. Und du darfst dir ein Regenbogen-Wassereis holen. Äh, ja. Und Kim liest. Das ist auch gut. Was ist das hier? Sich wichtig fühlen. Wegen Avantgarde-Einstellung. Aha. Und, denn ich dachte mir... Oh, das sieht ja cool aus, das Wassereis. Da muss ich auch noch ein Fotos machen von. So. Und zwar... Und zwar... Habe ich mal wieder die Wände vergessen hier. Runter. Und... So. Boah, warum leckt das gerade so? Das ist richtig nervig. So. Das ist doch süß. Da sieht man sogar ihr Tattoo. So. Und ihr Regenbogen-Eis. Ähm, ja. Dann, was malt denn der gute Jonathan hier wieder? Kann man das schon sehen? Ach, wieder das. Schade, dass das... Ich weiß nicht, ob das... Wie viele verschiedene Skizzen es da gibt. Ähm, aber es ist schade, dass das nur diese zwei sind. Und wir können sie mal jetzt, Mina, nochmal versuchen nach Hause einzuladen. Und ich mach die Musik mal hier aus. Und du bist hier noch am Lernen. Das dauert. Oh, das dauert so lang. Oh, und sie muss auch aufs Klo. Hm, du darfst mal erstmal was essen. Dann aufs Klo gehen. Oh, vielleicht davor. Ja, sie kommt vorbei, die gute Mina. Vielleicht noch... Was soll das? Hä? Wie doof ist das denn? Was ist das? Fröhliche Weintraube. Ach so, das ist vom Eis. Dann versuchen wir es halt nochmal, sie einzuladen. Ansonsten kommandiere ich sie mit dem Master Controller hier rüber, weil ich will, dass sie jetzt vorbeikommt. Und du kannst mal aufhören, hier zu lesen. Und gehst vielleicht lieber zuerst aufs Klo. Putzen zumindest und dann benutzen. Ja, du spielst also munter Gitarre und dir ist was dazwischen gekommen, willst du mir sagen. Klar, ich komm gleich mal rüber. Immerhin. Was soll das? Okay. Ich mach das jetzt so. Ähm, wie geht das? Ich glaube so. Enra's Master Controller. Grundfunktionen. War das? Einladen. Und dann hier am besten Mina Little. Du kommst jetzt her. Ja, schön. Mina wurde befördert. Mina Little kommt bald. Das ist sehr schön. So möchte ich das. Ähm. Und dann werden wir mal hier Jonathan noch in den hohen Stuhl setzen. Und ihn dann nochmal füttern. Am besten kriegt er dann zermatschten Herbstsalatbrei. Das hört sich ja schon so lecker an. Ähm. Kann er sich sonst hier irgendwie... Sonst... Ne, geht noch. Joe Little hat mit dem folgenden Sim in das Versteck ein... Ist in ein neues Haus eingezogen. Ähm. Mit Adele, Mina und Timmy Little. Aber das sind doch eigentlich alle gewesen, oder? Bin ich jetzt doof? Blake Grayson und Jenny Lowe haben beschlossen, dass es für beide das Beste ist, wenn sie ab sofort in zwei verschiedenen Häusern wohnen. Ich frag mich, wo die dann immer hinziehen. Ziehen die mit anderen zusammen, oder? Weil so viel Platz haben die, haben... So viele leere Häuser gibt's jetzt hier auch nicht. Okay, Essen geben. Können wir ihn nicht mit Babynahrung füttern? Ja, ich glaub da kommt Mina. Ist das Mina? Geben wir ihm Babynahrung. Ah ja, okay. Das ist Mina. Dann hörst du mal auf zu malen, Emma, bitte. Und... Und... Fragst Mina nach ihrem Tag. Verschönerst ihr den Tag. Fragst sie, ob sie hier übernachten möchte. Vielleicht möchte sie das ja. Das wäre cool. Dann kannst du mal hier von obskurer Musik schwärmen. Und... Über Kompost reden. Wow. Über Recycling reden. Über Erneuerbare... Über Umweltschutz können sie mal reden. Weil ich glaube, über Kompost zu reden ist jetzt nicht unbedingt das Interessanteste. Und dann möchte ich sie gerne bitten, dass sie einzieht. Die Familie Loh hat einen Welpen adoptiert. Rocker Berli. Was? Rocker. Ach so, Rocker. Rocker gelesen. Ah, immer diese... Fenster. Ähm. Ja. Kannst du mal bitte aufhören, hier rumzulatschen? Okay, gut. Emma, du kannst... Kim. Oh Gott. Kim, nicht Emma. Ich bin so bescheuert manchmal. Du darfst mal dein Söhnchen hier in die Luft werfen. Ihn kitzeln und kuscheln und Kralle. Angreifen und mit ihm plaudern. Während hier Emma mit Mina sich beschäftigt. Und zwar... Freund... Freund... Ach so. Freundschaftlich umarmen. Was gibt's denn hier noch? Können wir... Bitten einzuziehen! Oh mein Gott! Das ist cool, wenn das das Arbeitsoutfit ist, dann ist das eines der Arbeitsoutfits eines der wenigen, das echt cool aussieht. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ziehen zusammen! Das wäre der Wahnsinn! Da muss ich gleich mal hier ein Foto von machen. Zusammen Einzug. Liebe für alle. Oh, wie süß! So, mal ganz kurz noch Pause machen hier. Wie geht es Timmy? Der muss ins Bett. Vielleicht sollte er vorher noch aufs Töpfchen. Aber ehrlich gesagt ist mir das Wurst. Du darfst mal hier ins Kinderbettchen. Boah, ich habe gerade einen richtig trockenen Hals. Ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Das wird auch nicht mehr lange dauern, bis der Part hier zu Ende ist. Aber du, Kim, du kannst noch ein bisschen Soziale Netzwerke Band 2, Cyberstalking und Du lesen. Ja, und hier wird umgezogen Mina Little. Wir könnten eigentlich auch Timmy Little noch dazu einziehen lassen. Aber das wäre irgendwie Cheaten. Ja, lassen wir die Mina zu den Tissots ziehen. Und ich freue mich riesig. Ich dachte, die wären umgezogen. Ziehen wahrscheinlich nicht um. Oder ist das doch ein anderes Haus? Ich habe keine Ahnung. Ja, Mina, oh nein. Was hast du hier wieder für hässliches Haar? Oh, muss ich die wieder neu umstylen. Na gut, das werde ich dann... Ja, das werde ich dann im nächsten Part, werdet ihr das dann sehen. Da habe ich sie dann umgestylt. Die beiden sind jetzt zusammengezogen. Das ist super, super süß. Ich werde jetzt den Part aber hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns in einem neuen Video. Tschüss. Don't try and fool me. I'm a... I'm a final bitch. All right? I'm a final bitch. We're on. We're on. Hello, all of you nice people there in St. Louis. I thought you'd like to see some scene. With every power arming to the team. Preparing for... Bis zum nächsten Mal.